so da sind wir wieder bei Team Fortress 2 nein der Luke hat mich getötet oh nein der gute Braten hat ihn getötet oh jetzt mit mir im Team Verträge wieder Standard Vertrag nicht Spaß nein ich bin so scheiße als bei ich kenne Tipps und Tricks die du niemals verstehen und ich bin auch nicht wirklich gut 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 ich bin echt ich bin wirklich hier ja ihr könnt es glauben Fruchtgehalt ist anwesend von von sie ja so die Gattels ein da hat sie wahrscheinlich gedacht was finde ich cool also so hört sich gut an dafür habe ich habe die Katze und die Tore zu sehen die Gäste ich habe einen Punkt liegt ich habe zwei Punkte hier obwohl ich keinen getötet habe sondern er mich ähm ich kann mit diesen ich bleibe einfach bei der Töne hey 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 Luke Luke what the fuck ist er geleckt ich bin genau nein naa war das sieht aus der Demoment er du bist der beste aus deinem Team echt mitunter mitunter ja danke die m denn du bist damit auch auf dem Server aber er will nicht sprechen ja er ist krank da ich sehe toll aus wie dieser so heißt nicht ich mach die weg da habe ich lieber ich der arme Dud alter ich weiß nicht was er hier will ich töte ihn hier die ganze Zeit ich bin ein Classy Spy aber hier ist ein Luke angeflogen Hater Uppsala was du das wer nee kannst du gar nicht gewinnen sein doch die es scheint heißt das scheint die Uhr oder Todschöne die heißen oh hallo 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 und herzlich willkommen Hallo und herzlich willkommen zum Team Fortes 2 Im gonna punch you in the face Im gonna punch your face in your face was ich hatte doch die Scheintöne Uhr NOOOOIN ich bin so schlecht mit diesem ich bin so schlecht mit diesem Ich bin so schlecht Hallo er ist ein Spiegel und ich will nicht sterben Moment, du bist du in die Schuhe wo ist denn... ah da heißt Spy Oh ich habe mich trotzdem gefallen Spy! Er will uns zu töten Nein, er hat das Health mitgekriegt! Den Sprung schafft man nicht als normaler Speich. Scheiße, ich bin so schlecht! Ich spiele auf dieser Map nur als Scout oder Sniper. Meine beiden Mains. Fuck me, rest off! Also, ich hasse das Fahrerauftrage. Und den hätte ich gebraucht! Hast du überhaupt schon was geschafft? Zwei Punkte, weil du dich selbst umgebracht hast? Sozusagen. Ich will dich ja nicht töten! Aber wenn du dich da die ganze Zeit hinstellst, dann kann ich auch X für. Da Luke! Leider verbrennt er nicht mehr, das hätte ich gefeiert. Ich kann einfach einen, ähm, äh, äh, wie heißt das? Oh, Spannungsmast? Heißen die so? Ich denke schon. Was? Nein! Warum kommst du auf einmal um die Ecke? Ich war, ich hab dich gesehen! Ja schon, aber... Ja klar, du hast mich gesehen, aber... Der Demoman hat genau dann angefangen. Ich glaub, der hat dieses Zollspiel gemacht, wo man einfach nicht, sich nicht bewegt und wartet bis einer kommt und denkt, ja, das ist einfach cool. Genau, das hat er gemacht. Und es hat funktioniert, Gott dammit. Wow! Oh! Der ist in der Sentry. Ja, 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 ich bin richtig, da ist der Sentry. Der ist sehr, da ist der Sentry. Der ist sehr, da ist der Sentry. Nein! Rats off! Mr. Potato slash Blue V 2.5 slash Ferret. Das war jetzt. Scheiße. Und der war besser als ihr. Lule, Rulle, kein Name, was auch immer. Lule, Lule, kein Name, was auch immer. Lule, da ist der Luke! SAU, SU! FUCK NE! Hier waren Sie zu sehen. nur hier warten um die Ecke kommt, ich glaube, er war gleich mal oh Raffa punched you in the face and you loved it okay, wie du meinst Aua Nein, ich hätte noch einen Crit gebraucht, dann wäre er tot Scheiße, die drei Crits hätte ich an den Heavy benutzen können Ah, aber ich bin bei der Hälfte des Vertrags, erstaunlicherweise Was, du bist schon bei der Hälfte? Ja, weil ein Backstep als Advanced zählt Oh Beim anderen Vertrag, den ich hatte, war das nicht so eigentlich Hey, komm schon Stair Step Stair Step Strap nicht gehen Schauen wir mal, ob ich einer der Besten bin No! Nein, diesmal nicht Diesmal hab ich keine der hab ich nicht geliehen Ich bin eh doch wieder Nun, jetzt lachte natürlich, weil der einen getötet hat der Tor und der Buh, bist du lustig? Hey! Hey, du bist intim Mann, du musst das andere Team kommen Oder weil ich hier weil ich bin und so und so und so vị ja, ich bin nie egal Nein! Ist doch doof, alter! Der ist echt! Oh mein Gott! Ich wollte... Keine Ahnung, was sie machen wollen, aber ich war scheiß. Ach, das war's doof! Ja, ich war ein Spider-Man, aber... Sorry! For having fun! Schau mal! Oh, guck mal, da ist einer rausgekommen! Ich töte ihn mal! Ich kann ihn nicht töten. Ich hab dich gesehen! Ich hab dich glaub ich auch gesehen! Ich muss nicht, dass ich da rausgehe! Oh, ich hab' den Anger-Ton-Ton! Pfff, pff, pff, pff. Leider war noch natürlich noch voll HP. Hey Team geht auch so! Blau! Prozent du könntest auch das Aude Nein warum kommt der Haar nach vorne vor dem Glas nicht zu enttanken ich benutze immer dieses das ist es ist eigentlich ganz es ist cool aber es ist es ja schon aber nutzt doch diesen er hat man ein da bei der wo es hey 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 die Sendung ist endlich das war kein Glück das war es gilt er hat das war es gilt so war es ist noch nicht noch ich sehe dich nicht und würde ich ein das ich muss nur auf dein Bildschirm gucken Mann du bist so ein Sack gesehen das ist ja immer noch nicht der Billigst die Billigste Methode um jemanden zu töten wie es gibt einfach nur in deiner Ecke warten vielleicht jemand vorbeikommt ich hab dich da schon gesehen was du hast mich gesehen ja ich hab dich gesehen ein das ist ja scheiße ok jetzt geht es echt oh nee warte mal hallo nice to meet you da hat er auch du gehörten sie kann hey 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 nein vor allem ich hab' mehr der Mensch als bis jetzt angestellt bei 10000 dieser skil schuss treffer hey 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 da war es war ich das ist ein paar stück zwei stückleur und du reib mal zwei stück zwei stück zwei stück ein paar drei 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 jahre er ist derzeit der Hand er ist ein Teil der Unterhaltung Manko-i das bei sich die Führung für die Zolli zum Spiegel der Lupe antwortet nicht wissen er war in den Niedenstück kurz glaubt da ist er die drei 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 ja dann um was Nein, anscheinend ist er weg. Nein! Ha! Ich hab doch gesagt, ich bin nicht, ich bin kein Noob. Bam! In your face! Aber ich hab nicht besonders viel Punkte gemacht. Töt' ich den? Ja! Ja! Hahaha! Ich hab' ihn mit dem Torn gekillt! Lol! Ja! Hahaha! Hahaha! Oh, man! Oh, fuck's sake, man! Halt die Schnauze! Nein! Ach, der hat das so für Schill! Ne, oh, Alter, ne? Oh, ne Scheiß! Oh, was? So viele blaue hier! Wie kann ich Topscoren als Spy, Alter? Du bist besser als der Luke! Ich weiß, das verwundert mich. Kann man sagen, wie kann ich besser als du sein? Nein! Das verwundert mich voll gar nicht. Da ist der Luke! Nein! Luke! Ich sag' Wer hat die Blackbox! Kein Wunder! Blackbox ist saue... Er ist saue okay. Oh, das der dich nicht gesehen hat, wundert dich. Fuck, ich hab meinen Kritt verfehlt. Ach, weil bekommt er noch einen Kritt? Naja, mit der Waffe schon. Und das war schlecht. Ich hätte nicht zum Ding laufen sollen, weil er wusste, dass ich da hingehe. Als Spy muss man zu viel nachdenken. What the fuck? Der hat... Ach doch, der hat den Islander. Och Mann, und der Islander macht nämlich so eine weite... Range. Ja, was die Sau übertrieben ist. Warum puste ich den auch nicht weg? Ah! Warum puste ich den nicht einfach mit dem Wagen hier? Der Wagen hier ist sausthaft. Hey, 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 now. Get rekt, Morpho. Oh, get rekt. Ich glaube, ich mach den Spy langsam mehr. Oh fuck. Oh Gott, dieser Sniper-Schuss hätte mich so töten können. Wurde, dass ich den Punkt gesehen habe. Oh. Spy-Contract fertig. Halt die Schnauze rein! Halt diese Münze an. Look at that! Hahaha! Da ist ein Känguru to, true. Hey, hey, guck mal, guck mal, hey, guck mal, hey, guck mal, hey, guck mal, guck mal, hey. Ja, weil das Australian heißt. So, und das da... Get a key on the market... Fuck you! ...autorisieren. So. Alter, der Wagen hier, der Sau überpau. Erstmal das gekauft und jetzt wollen wir das mal öffnen. Drück mir jetzt die Daumen. Nein, ich drück dem Spidey Daumen, dass er nicht stirbt, aber er ist gespürt. Danke. Es ist... ...strange module attached, ich hab ne strange unboxed. Ist das gut? Ja, das ist gut. Na ja, wenn's... ...the factory new will, wär's richtig gut, aber es ist... ...the blutstütze ist cool. Guck, da ist... Ah, Mann, hör auf. Look at this. Guck mal, ich kann meine Kids... ...kürze, schauze, da vor mir. Look at this! Look at it! Look at it! Look at it so beautiful! Is that cool like my ass? ...mit dem riesen Blutfleck vorne drauf, Alter. Der da überhaupt keinen Sinn macht. Ich weiß, der müsste auf dem Lauf sein, eigentlich. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ich frag mich, wieviel das wert ist. Oh Gott, da ist ein 2. Hab's gewusst! Ich fände ihn nicht! Mann! Ich bin doch zu meiner Punch-Habby. Dieser Leo, ne? Hey, 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 hey! Du Idiot! Alter, das macht einfach 600. 100 Schaden. Das ist sogar mit einer Überheilung. Der ist selbst. Ja, das ist aber sonst wo. Da ist eine Sentry, oh mein Gott! Das ist eine Sentry, oh mein Gott! Hey, 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 hey! 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 Muss der gerade lachen oder? Hä? Hey! Ach, der dann... Du darfst denn! Darf denn? Darf denn? Darf, wui, da! Komm schon nochmal! Du bist durch die Mech gefallen! Ja, man fällt da über Kontroll... Man fällt immer durch Kontroll... Man fällt immer durch Kontroll... Man... 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 Strange Mercenary Grade... King of the Jungle... Das ist nicht so... Hä? WTF? Ah, ich mein doch auch... Der ist als Kiel wahrscheinlich nicht. Das Gute ist, dass der Wagen über dich teilnimmt, weil der sich zeitweise schneller macht. Ja, das ist der Sinn vom ganzen Ding! das war ein Kiel oder ja er konnte es einfach einfach als als Hälfte wir führen hier hinten irgendwie so einen Grubenkrieg Grabenkrieg heißt das nicht so gut ja wir laufen die ganze Zeit hin und her das ist einfach jedes Mal Leute ich werde auch dominieren ich dominiere jemanden und ich würde das ist nicht aber ich habe es für ein Schlaufe war ein paar Jahre lang ich sollte sie eigentlich nicht Prozent benutzen die Welt er hat auch die Wagen Ortschott aber das hast du auf jeden Fall ist das cool dass ich jetzt dass die Täter ein so hat die wer die Gute die 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 ich könnte es auch die Community mal gucken auch mal schießt die Stürze nicht und schmackt das Internet dauert um die 6 wort das vor Ort mehr werden müssen ohne schweiß die ich hab ihn doch schon zuvor angezündet und ich bin trotzdem für draufgegangen all dieser Scouter weiter ein Wunder aber natürlich liegt der Ende des dort der jetzt hat mir den Knittschuss verpasst alles bis jetzt wieder bei uns im Team Schat ja mal ich hab den ich verstehe es nicht wie so glücklich der Räder schnell da auch Alter das ist mal passiert da hat was hat denn der Worte die Waffe Prozent fünf Jahren der Worte denn jetzt war ein ich weiß nicht Arndt das war ich so schlecht immer schlecht Prozent Prozent erlöschen auch die MEP wird gewechselt aber weiter aufnehmen die Verdacht ist im Feld ja kommt noch eine Runde weitersatz ist ein bisschen Kurs die letzte war schon kurz weil ich da alleine war jetzt wenn du da bist dann nun war es da ist für die die will was bitte was ich gucke hier gerade etwas Prozent war die ich jetzt schon voraus dass sich mega abkackt als Sniper um aber ein Prozent sind die Brot na Lärmst die Gruppe jetzt die Kuh Leipzig das Ding ist gar nicht so wenig wert 4 2 Cent 8,24 mit Fall ist gleich 1,3 Euro das ist auch ja und aber es ist mehr als 2 Cent für die meisten anderen Waffen ich spiele es sind mit dem daer Tätig weil da gibt es einiges für sich von der Raketen und die normalen und ich hätte auch können ok sie viele Sachen ich bin trotzdem schlecht wenn ein noch 9 da ist hat doch gesagt ich werde gleich abkacken ich werde kein Pürfen machen Gumsstuhl auf Rot Gumsstuhl auf Rot ich hab noch nichts gekillt der eine heißt Preise des Sagen oh wow ich bin heavy oh ich mach punch heavy weil ich gerade keine Lust hab richtig zu spielen oh punch ich könnte dich mit äh es ist ein Spy ja es ist mir schon klar dass der Spy ist so wie der da rum gerannt ist obwohl der eine plötzlich verschwunden ist einfach so da ist noch einer genau in dem Moment als er mich gebackstabt hat Alter oh man I'm gonna be Spy 2 now diese Spy ne ich finde diese diese Sandwichungel so geil dieses was diese Sandwichungel ach so ja die ist gut jetzt bin ich auch ein Spy 2 oh yeah und ich werde etwas Gumsstuhl oh mein Gott ich bin so scheiße gerade what the fuck man how was ist passiert ich weiß es nicht ich bin nach vorne gelaufen ich bin gegen einen anderen Spy gestoßen der Spy war nicht hinter mir und hat mich gebacken Trickstipp my friend Trickstipps ooo that hurts Suck du wirst verarschen ha 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 heavy Mist hier ist der Osa wow das war das da dann hat sie 3 wir wollen ja nicht irgendwie die beste Klasse da DANG IT warum habe ich keinen Equalizer ausgerüstet das die Macaroni nein den wollte ich doch gerade töten verschwindet mein Rage wenn ich äh leiten wechseln die Kölner ist das einzige gut ja es verschwindet gott der mir dann kann ich auch gleich das ganze ich will äh ich will den Schild nicht ähm let's doch aber mit dem Equalizer der Equalizer gut ist weil man damit einfach viel viel weiter Kürtel jetzt bin ich der Gedächtnis hey 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 nao dort Wollt war bei Leipbela wo auch wo auch wo mein Gott wie viel hat Fuck you, Voodoo. I'm gonna go outside. Ich wusste, dass er den Reflekt hat, aber ich dachte mir so... Ich kack mich richtig ab. Ich auch. 91 Kill. Scout ist meine beste Klasse. Das war ein Headshot. Tadam! Du weißt, dass die Leute sind. Das war ein Headshot. Ja, die Senji befindet sich immer noch da. Fuck. So geil. Habt den Engineer erwischt. Wir brauchen aber einen Spy oder... ein... Wir brauchen einen verdammten Directed Rocketeer. Ich nenne die Rocketeer, hol ihn nicht so heißen. Weil wir nämlich sonst den... die Sentry dann nicht loswerden. Ich hab Fokus. Oh. Habt's ja keine Ahnung wie das funktioniert. Fokus auf. Okay, verkannt. Gekillt, Alter! Den Scout! Fuck it! BAU! Prick. Eieieiei. Ja! Überlebt, Johan! Hey, ich bin besser als du! Entschuldigung. Mann, Wild Amen! Glock Droh. Warum kann man den Scope nicht benutzen mit dieser Waffe? Kein Dings Hidden 6 Warum kann man den Scope nicht benutzen mit dieser Waffe? Kann man... Ich warte nie... Darать... Gar�! Agrar! Bill chart! Bill generally plant... 忘ازgeräusch! Bill Gates! Jeem理 Nunang die Bläde... aber wenn man es bringt dann hat man automatisch ich hätte den Torn viel benutzen sollen man kann gegen die Sägen laufen nur nicht an den Seiten das ist ein Spy hey ich hab den Buch grad gesehen er ist der Lächter im Team oh mit 9 Punkten Gott denn was war das nicht denn scheiße das halt bleib ich hier hinten und unterstehe ich brauch nie ich bin zu fast vor Snipers ich hab jemand an der Säge gestorben ja Mist auch nicht mehr WTF er hat mich einfach ge... One-Shot mit der Sturz mit der Püro wenn es nah ist ja die Schuhe machte und das hat sich schon noch auch so ja natürlich würde ich auch sagen vor allem weil ich natürlich 100 doch da oben doch da oben ist ein Backstabber mach keine Punkte mehr aaaah dang it spy in our midst man black meat black meat what the fuck ahh 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 price the sun what fucking Einweg Sentry oh mein Gott oh mein Gott fuck wir haben nicht genügend Rage das was ich nicht würdig finde ok tät nein ein 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 zweis zweis verstehst du Warte, er ist Engineer. Ich könnte ihm helfen. Awesome! Let's be a friendly, Pyro. Und helfen mir den... Errungenschaftsfortschritt, in der Hölle, in der Hölle, kill time, kill, war keine Ahnung. Was, der dominiert mich? Ah, nix, er hat den... Oh, das ist Schild. Wir haben die anderen? Oh, meine Waffen sind nicht gechargt. Oh, schau an meinen Nice Coin, ich bin der Einzige mit Gold Coin. Mmh, sexy, sexy. Ich hab nur sieben runter. Der Heavy wieder geguckt, ja. Hm, ich dich crazy. Wo ist denn der? I don't fuck me. Yuuu, guck sobald die Matik da. Matik, 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 Matik. Ich bin nicht du, Matik, 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 Matik. Das ist ein... Was. 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 Sie es in Cupcakes rum. Was. Sie sind Cupcakes rum. Okay, nein. Was. Sie kommt mit dem Cupcakes rum? Das ist der Luke. Da ist der Luke! Wo denn? Das ist durch den Fenster. ich pass mal auf den Herzschwein ja ja die Kipri 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 ich bin nett und helfe ich bin gilt die Forscher Kammer ist ein der macht das nicht wirklich ist gar nicht auf einen der Kürze es ist es sind wettbewerb ja das ist cool gut bei uns das war ein habe ich mir schon gedacht nicht getötet warum hat denn der nicht getötet darf vor Ort und einmal nicht was ist passiert der ist der ist so wichtig der Kind die alte eigentlich hätte dieser oder hat nicht die Kriegsko das ist leck mich auch ich bin nicht gut genug ja kein Wunder das ist ein paar Leute und es ist auch gut mit dem Ding von okay ist doch Jürgen und es haben einfach drei Leute um mich rumgestanden und die wollten alle weit töten Frau Fax 6 ich will nicht auf dich ziehen ich ziehe auf den wie habe ich dir nicht einmal erwischt Mann Ich bin wieder draufgegangen Äh Spy hinter euch Raaufgegangen Schreibt ihr Mauswomen Er dominiert mich Okay dieser Sniper Ist zu gut Herr Worte verfolgt er benutzt die Herzflamme ich probiere mal was aus das Set gemacht Höhe Päh er ist es ich habe ihn angezündet und bin genau in dem Moment gestorben so dies will be the last time ms get on the point weichen dass du dahinten stehst du warst fuck man what the fuck I don't like you for fuck's sake bleib stehen dude fuck wir müssen auf den Punkt gehen what the fuck bam motherfucker I'm invisible visible I wanna be visible no I don't wanna be no I don't wanna be let me let me 2 getroffen was das hat nicht getroffen nmg demoregt alter der ist so blöd der Name ist blöd nm 3 ich wollte ja eigentlich nur der Duster okay äh warte mal treff einfach ja so 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 hast du dein Vertrag fertig äh ist das gut nicht du du oh ja doom kopf now you fucked up done didja da fucker charge Leipzig wo ist denn oder haben du was ich bin nicht der Abend weil ich bin Menschen ich werde von zwei Leuten hier ich unterstütze ich jetzt nicht ich werde von zwei Leuten dominieren und ich finde ihn nicht mehr ich bin einfach verschwunden der eine ist sogar... ja wahrscheinlich zwischendurch mal ein Pürso gewesen I am your best friend was mach ich da auch den da drauf we have a lot of control points what unacceptable ja mon dieu French French oh nein wer sind die ich werde sterben oder 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 hoo ha ho 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 Holy Fucking Shit ja ho 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 holy fuck shit na Rose naja beste Endposer der Welt komm einfach mal auf den Deckel frente Hallo komm Fruchtgehalt was machst du ich hab nur geguckt, wie lange schon es nimmt, sobald einer wieder hier gewinnt, dann dann ist die Aufnahme nein, der Heavy ist am Fallschaden gestorben nein, der hat meinen Dominierer getötet den muss ich doch töten, gut oh, what the fuck fucking das ist ich kaum einfach nicht drauf klar hab ich überall den Wagenheber drin, einfach nur weil das so gut ist nein fuck, ich wollte die an den Übergang nicht einsetzen das war so schlecht von oh man nein best ever ich hab mir jetzt hier oben mit Musik geschlossen, macht Spaß ich hab mir schon gedacht, dass es ein Spoiler war du, du hast viel zu lange überlebt ja ja dominiert mit dem Baseball, Alter what the fuck oh dominiert mit dem Baseball oh man, das war so funny doch der baseball macht maximal auf so einer distanz maximal 15 schaden am kopf und das hat ihn einfach dominiert auch heute leider immer noch hier ich will mich endlich die Rechener den beiden ausköpfen sind natürlich die zwei Besten aus dem anderen Team ja dann ist es deine Eigenschaft naja eigentlich nicht ja einfach bei mir nicht dass sie zu gut sind für dieses Werfer zu gut für dieses Werfer Hä what the fuck welche und der Luke sind gleich auch offen Hä ich bin einfach voll durch die Map geflogen wegen nichts ähm und 2.6 und 4.5 und der Oberkammel dabei sind so ein Wort hat unser Internetverband abzukommen LL und das halbten war und das war anwesend 3 die toll der pullover schweizt der wir wahrscheinlich auch gleich der fängt an dich zu töten den habe ich mit dem westbord dominiert ja weil ich hab doch zur wachsache meine es gilt sie du guck doch packt zwei habe ich an einem der rechten oder hat mich nicht jürgen ja er ist Prozent die Füße des Gauts und zwar neben Orte Teil 3 und die Sorda der kann die so dass ich im Wasser trinken und denn das macht er nicht da irgendwie nur du kannst du nicht alles sondern das verbraucht sie einfach was mich richtig abfuckt geht diese vor einst mal auf das achten stickies ich bin wahrscheinlich der einzige der davon gestorben ist ja natürlich wer denn sonst wenn ich nicht werde dann jemand anderes Janel eben nicht weil es nämlich nur ich bin aber auch das wollen die hat die Hälfte vom gegnerischen tief und ich wurde den 1 der Sport ist verwirrend ich weiß ja jetzt ohne scheiß um einen die Runde sollen zu Ende gehen wo das sollten wir eigentlich nicht gewinnen zu gewinnen ich hab dich gesehen ein was sie sind er ist vor Ort gibt es die Tee hey 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 Loll Ja guck, der hätte mich jetzt einfach zweimal angeschossen und nicht nur tot umfallen. Genau das hat er nämlich auch gemacht. Ich glaube, meine Mutter hat sogar auch das Internet. Oh! Ist der überhaupt nicht mehr? Alter, ich fange die ganzen Raketen für die großen Leute ab und gehe da weiter rauf. Nein, ihr müsst auf den Punkt gehen. Das war der falsche Typ. Du kannst nicht so hoch springen, auch mit dem Flügelstürmer, mein Freund. Ich bin gerade scheiße. Wow! Weißt du was? Ich glaube, dass der eine Dude gerade eh abwesend ist oder so. Die ist der Mr. Potato. Ich habe den nämlich nirgends gesehen. Nein. Was will man machen? Okay. Den töten. Den kannst du jetzt noch töten. Die Schnauze aber nicht, weil er nämlich in unserem Team jetzt ist. Echt? Das wurde gemischt? Ja. Dann würde ich sagen, war es das Video für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da und seite das Video an deinen Leuten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau. Tschau.